Tina ist gerade in der Stadt unterwegs und muss dringend zum Friseur. Unterwegs googelt sie nach einem Friseursalon in der Nähe. Sie erhält den Hinweis auf Peters Haarwerk in 190 Meter Entfernung. Monis Friseursalon ist ganz in der Nähe, aber nicht bei Google auffindbar. Damit hat Tina diesen Salon übersehen. Frank sucht einen guten Dachdecker in der Umgebung. Ihn interessieren vor allem die Bewertungen, die im Google-Suchergebnis einsehbar sind. Er findet Dachdecker Hermann mit 34 Bewertungen. Frank schaut sich die Bewertungen ganz genau an. Je mehr Sterne, desto besser. Frank ist von Dachdecker Hermann überzeugt. Auch Dachdecker Hermann ist zufrieden. Er hat schon wieder einen neuen Auftrag. Er hat so viele Aufträge, dass er Hilfe benötigt. Dachdecker Hermann möchte einen neuen Mitarbeiter und einen Azubi einstellen. Neben einer klassischen Zeitungsanzeige erreicht er möglicherweise noch mehr aus seiner Zielgruppe, wenn er entsprechende Beiträge über Facebook und auf seiner Website platziert. Dachdecker Hermann fählen die Zeit und das Know-how für die Umsetzung. Er wendet sich an seine Volksmann-EG und erfährt von den digitalen Leistungen für Firmenkunden, mit denen er ein Paket buchen kann, was für ihn wichtig ist. Sprechen auch Sie bei Interesse Ihren Berater an. Sprechen auch Sie bei Interesse haben! Bis zum nächsten Mal.